Darf heute jubeln. Der 16-jährige Sohn von Michael Schumacher gewann sein erstes Rennen in der Nachwuchsserie Formel 4 in Oschersleben. Unglaublich, so ein Rennen zu gewinnen. Auch Gratulation ans Team. Ich bin einfach überglücklich. Du hast einen supergeilen Start hingelegt. Hättest du das gedacht? Nicht wirklich, aber ich bin froh darüber. Das ganze Wochenende ist für dich ja top gelaufen. Du hast gleich den Pokal für den besten Rookie bekommen. Und heute drittes Rennen Platz 1. Wie fühlt man sich? Ja, einfach. Ja, ist unbeschreiblich. Also als erstes Rennen oder als erstes Event würde ich einfach sagen. Also ja, ist gut gelaufen.